Hi, ich bin's, Yuma. Sincho ist einer der stärksten 4-Sterne-Charaktere im Spiel. Schau das Video bis zum Ende, dann weißt du, was ich meine. Hier erfährst du alles rund um seine Talente, Kombos, Artefakte, Waffen, Sternenbilder und Team-Komms. Aber vorab erstmal alle Materialien, die er benötigt, um ihn hochzuleveln. Beginnen wir wieder mit seinen Talenten. Diesen Guide drehe ich wieder am Yuma-Fan-Brunn, also den unserer Community. Mit der E, also der Elementarfähigkeit, führt ihr zwei Angriffe mit eurem Schwert durch die extremen Schaden verursachen können. Ihr stellt dabei fünf Hydro-Elementarpartikel her und wendet Hydro sowohl am Gegner als auch an euch selber an. Ist er also ein Gegner vom Krio-Element umgeben, friert ihr euch selbst ein. Außerdem erstellt ihr ohne Sternenbilder drei Regenschwerter um euch herum. Diese werden beim Erleiden von Schaden zerstört und ihr verringert diesen Schaden basierend auf Sinchos Hydro-Schadensbonus um bis zu 24%. Der Unterbrechungswiderstand wird erhöht und diese Regenschwerter verleihen nachstehenden Gegnern den Zustand nass. Ihr müsst in eurer Team-Rotation mit einberechnen, dass seine E-Fähigkeit 21 Sekunden Abklingzeit hat. Die Q, also Spezialfähigkeit, erschafft Regenschwerter, die auf euren Gegner abgefeuert werden, sobald eure aktive Figur Standardangriffe benutzt. Die Höchstzahl an Regenschwertern wird dafür hergestellt, die Hydro-Schaden verursachen und somit auch Hydro anwenden. Perfekt also für Reaktionen. Die Dauer und die Abklingzeit der E- und Q-Fähigkeit sind fast identisch. Trifft sich also sehr gut, nur beachtet, dass ihr für die Q-Fähigkeit 80 Elementarenergie benötigt. Durch die erste Passive heilen diese Regenschwerter die aktive Figur durch Angriffe oder wenn diese zerstört werden, basierend auf Sinshoos maximaler LP. Und die zweite Passive erhöht Sinshoos Hydro-Schaden um 20%. Das ist natürlich extrem stark, beachtet aber noch, dass die Q-Fähigkeit nicht snapshottet. Läuft also ein Schadens-Buff wie zum Beispiel Bennett's Q ab, bleibt sein Schaden nicht weiter erhöht. Und zur Talentreinfolge, erstmal solltet ihr die Q-Fähigkeit hochleveln. Ich habe die sogar gecrowned, weil das echt sehr viel Schaden macht. Danach die E-Fähigkeit, die kann man auch sehr hochleveln. Der Schaden davon kann auch echt extrem stark sein und seine Standardangriffe solltet ihr auf jeden Fall unberührt lassen. Machen wir weiter mit Sinshoos Artefakten. Ich verlose bald mehrfach Mondsägen, also Urgestein im Stream. Wenn ihr Hilfe beim Bauen eurer Charaktere, eurem Abyss oder ihr nur wen zum Austauschen braucht, dann schaut doch gerne mal auf Twitch vorbei. Dort gehe ich momentan jeden Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag ab 16 Uhr bis tief in die Nacht live. Es gibt immer eine Menge Genshin-Action, wo wir auch viel zusammen spielen. Über den ersten Link in der Beschreibung kannst du mir dort gerne kostenlos folgen. Vielen lieben Dank. Sinsho könnt ihr fürs Erste auch mit zweier Set spielen von folgenden Sets. Vergangenheit des Zinnobas, Echo des Opferfests, Verbeugung des Gladiators oder auch Gedenken an Chiminava. Die geben euch nämlich jeweils 18% Angriff. Noch besser sind allerdings altes Hofritual und tief im Herzen. Das zweier Set Button des getrennten Schicksals ist für den Notfall auch okay, wenn diese 20% extra Aufladerate dafür sorgen, dass eure Q-Fähigkeit aufgeladen wird. Ansonsten solltet ihr davon das vierer Set auf ihm spielen, falls vorhanden, da das am besten ist. 80 Elementarenergiekosten verlangen sehr viel Aufladerate ab und durch dieses Set wird das in Schaden umgewandelt für seine Spezialfähigkeit. Ansonsten könnt ihr auch das vierer Set altes Hofritual auf ihm spielen, falls es noch kein anderer im Team trägt und insbesondere euer Main-DPS von dem Angriffsbonus enorm profitiert. Denn 20% extra Schaden für die Q-Fähigkeit schmeckt natürlich auch. Als Main-Set wollt ihr Hydro-Schaden auf dem Kelch haben. Angriff wäre eine Notlösung, die schnellstmöglichst ausgetauscht werden sollte. Auf dem H-Ref kritischen Schaden oder kritischen Treffer, je nachdem was ihr benötigt, um ungefähr 60-65 KT und am besten doppelt so viel kritischen Schaden zu haben. Zur Not ist Übergangsweise auch Angriff irgendwie in Ordnung. Auf der Sanduhr ist Angriff mit Abstand am stärksten, jedoch ist es am wichtigsten, dass seine Q-Fähigkeit aufgeladen ist, sobald die Abklingzeit vorüber ist. Deswegen könnt ihr euch hier auch sehr gerne für Aufladerate als Main-Stat entscheiden. Wie viel Aufladerate ihr benötigt, variiert sehr stark von Team zu Team. Meiner hat zum Beispiel nur 145% und da ist nicht mal das Opferschwert drauf, weil das individuell perfekt für mein momentanes Team ist, da dort meine Raiden das gesamte Team locker mit ihrer Spezialfähigkeit auflädt. Bei den Subsets wollt ihr die gleichen Werte, also prozentual Angriff, kritischen Schaden, kritischen Treffer und Aufladerate. Weiter geht's mit Sinschos Waffen. Und wenn dir dieses Video bis hierhin gefallen haben sollte, würde es mich sehr freuen, wenn du diesen Kanal hier kostenlos abonnierst, um zukünftige Genshin-Guides und Updates zu Sinscho nicht mehr zu verpassen. Vielen lieben Dank. Sinscho hat extrem gute Free-to-Play-Optionen, zum Beispiel die 3-Sterne-Waffe Schwert der Dämmerung. Das schwarze Schwert für kritischen Treffer oder Schwarzstein-Langschwert für kritischen Schaden sind auch noch in Ordnung. Am ehesten spielt man allerdings Waffen mit Aufladerate auf ihm, also entweder das Himmelsflugschwert, die Stammklinge wäre auch noch gut, das Schwert der Verderbnis ist noch besser und sonst wäre gerne auch noch Favonius Schwert. Mit Riesenabstand am besten ist eine Waffe, die meiner Meinung nach schon als seine Signaturwaffe gelten könnte, und zwar das Opferschwert. Guter Angriffswert und extrem viel Aufladerate und die Chance, die E-Fähigkeit zweimal benutzen zu können. Denkt dran, die E-Fähigkeit stellt extrem viele Partikel her, verursacht extremen Schaden und hat sonst eine extrem hohe Abklingzeit. Die Himmelsklinge ist auch extrem stark auf ihm, ansonsten sind die Waffen Moosgrüner Feld, Harange Paku Futsu und vor allem Widerschein des Nebelsplitters sehr gut auf ihm. Aber nur, wenn er trotzdem genug Aufladerate hat. Auf auf zu Sinshos Sternbildern. C1, also das erste Sternbild, verleiht euch ein weiteres Regenschwert. C2 erhöht die Dauer der Q-Fähigkeit um 3 Sekunden und lässt euer Team mehr Hydro-Schaden durchbringen. Das dritte Sternbild erhöht die Q um 3 Stufen. C4 erhöht den Schaden der E, während die Q aktiv ist um 50%. Darauf gehe ich im nächsten Kapitel, wo es um seine Kombos geht, näher ein. C5 erhöht die E-Fähigkeit um 3 Stufen. Und das letzte Sternbild verstärkt jeden dritten Angriff der Q enorm und lädt Sinsho in diesen Fällen zusätzlich auf. Fazit, seine Sternbilder sind wirklich gut, jedes einzelne ist toll, also lohnen sie sich. Aber es ist wie immer keine Pflicht und auch ohne Sternbilder macht Sinsho nicht nur extremen Schaden, sondern ermöglicht auch permanente Reaktionen. Jetzt erläutere ich seine Kombos und den Einfluss seiner C4 darauf. Also wenn die Q aktiv ist, macht die E-Fähigkeit 50% mehr Schaden. Falls nun euer Sinsho auch noch Schaden macht, lohnt es sich auf jeden Fall eure Kombo zu ändern. Wenn die Q aufgeladen ist, was der Fall ist, wenn ihr zum Beispiel den Abyss betretet, macht ihr normalerweise E und dann sofort die Q. Denn während die Partikel auf euch zufliegen, verbraucht ihr eure bisherigen. Und spart somit mehr Zeit, als wenn ihr erst Q und dann die E-Fähigkeit aktiviert. Und dann mit dem Auswechseln von Sinsho wartet, bis die Partikel zu euch fliegen. Wenn ihr das Opferschwert spielt, was sehr zu empfehlen ist und ich auch tue, wenn Raiden gerade nicht im Team ist, ist es bis C3 ratsam, E-Q-E zu machen. Ab C4 allerdings Q-E-E. Ihr müsst dann eine Sekunde länger auf Sinsho verweilen, aber der Schadensunterschied ist es wert. Wann ihr Sinsho genau einsetzt, hängt von eurer Team-Rotation ab. Ihr könnt ihn aber relativ zu Beginn aufs Feld schicken, da seine Talente eine Dauer von 15 Sekunden haben, während Fischls E zum Beispiel nur 10 Sekunden auf dem Feld bleibt. Jetzt beschäftigen wir uns mit Sinshos Team-Comps. Sinsho ist wie gesagt perfekt für Reaktionen mit Hydro, dementsprechend sehr flexibel. Alhaitam, Sinsho, Nahida und Cookie zum Beispiel. Oder Raiden, Kujo, Sara, Sinsho und Yao Yao. Aber auch nur Hydro mit Elektro funktioniert sehr gut, also zum Beispiel Child, Sinsho, Fischl und Cookie. Verdampfen also Pyro mit Hydro ist auch extrem nice. Ein Pyro-Main-DPS, also zum Beispiel Diluc oder Hutau. Mit Sinsho, Bennett und dann noch Mona oder Yelan. Ich habe ihn aber auch sehr lange in Freeze-Teams gespielt, also Ayaka, Sinsho, Kasu und Diona zum Beispiel. Und auf das National-Team, also Sinsho mit Xiangling und Bennett, ist in Kombination mit fast jedem Main-DPS wie zum Beispiel Chongyun immer verlassen. Es gibt natürlich noch tausend andere Möglichkeiten, die den Rahmen dieses Videos sprengen würden. Kommt uns gerne mal im Twitch-Stream vorbei. Ich schaue mir deinen Account an und gebe dir nochmal individuell Tipps, wie und mit wem du Sinsho auf deinem persönlichen Account am besten spielst. Erster Link dazu, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Danke für die Follows auf Twitch und die Abos auf YouTube. Dein Juma.